Hey Freunde, willkommen zurück zu Sobinding of Isaac Rebirth Ohne lang Faxen zu machen Ich bin voll mit ihnen verreckt Ach ne, wir könnten ihn wie wieder nehmen Stimmt, Tokens, ich hatte drei, jetzt hab ich noch zwei Egal, ich hasse ihnen, wir nehmen Magdalene Einfach weil viele Herzen So Und das Jam hat, ne ich meine Magdalene hatte ich jetzt sehr lange nicht mehr Magdalene war ja das letzte Mal Stimmt, mit Magdalene hab ich erst mal Isaac geklatscht, oder? Kann das sein? Ja, ich glaub Magdalene war der erste Run Mit dem ich Bei dem ich Isaac geklatscht hab Ohne ihn Ey, ist das wieder Mongodjon? Ne, Rotten Baby, doch nicht Schade Aber Mongodjon war im letzten Part ganz cool Ja, ich glaub der gibt uns jetzt irgendwie immer für die Gegner Irgendwie Fliegen, also Spawnt ja uns da Diese Franzese Enddinger Glaube ich Jo, er geht selber kaputt, läuft Schießt der mit, oder? Ne, der schießt nicht mit Oder? Was macht denn der? Hm, keine Ahnung, mal gucken Bam Doch, er schießt mit Ach, er spuckt diese Fliegen Ja, das ist, das ist gar nicht mal so schlecht, ey Coole Sache, coole Sache Wir haben hier mal schon mal zwei Schlüssel Für die nächste Ebene Generell für alte Räume Oh Gott, ich Sowas ist voll gemein, Alter Das ist ein Leben, ey, was ist das? Ist das ein Leben? Keine Ahnung Ich hasse sollte Das, wie will man? Da kannst du nur drüber fliegen Das ist so kacke, ey Hätte ich jetzt mal Azersier genommen Schade, ey Oh, da ist ein blauer Stein Oh Gott Oh Gott, oh Gott Ihr seid so arsch, alle, ne? Wer ist das Monstro? Auf geht's Nice Ganz gut, dass er da die Fliegen Wow, Alter, da habe ich gerade Perfekt ausgewichen Hashtag läuft Nice Dass er die Fliegen macht Super, ey Ob, die machen gut Die machen relativ gut mit Damage Ist nochmal ganz nett Jetzt einfach mal anstrengen Das ist jetzt schon mein, mein, mein Das ist jetzt hier mein zweiter Anlauf Aber ich habe halt zuerst probiert Rebirth aufzunehmen Und dann das normale Isaac Und bin bei beiden gestorben Jetzt habe ich hier nochmal Den Ehrgeiz gehabt Jetzt nochmal wirklich anzufangen Gut, der P ab Gut, leider können wir nicht an dieses eine Item Und schade Schade Haben auch keine Bombe Um den blauen Stein Hoch zu jagen So, ich werde die Sequenz Denk mal einfach immer lassen Einfach, weil es ist besser Weil Isaac hat die Eigenschaft sonst abzustürzen Manchmal Also bei mir war es bis jetzt einmal so Ich habe sofort das Überspringen Zack, aufgehangen Und dann Hände Hat sich nicht mehr gefangen Leider Deswegen lasse ich es jetzt immer laufen Ja, ihr seid scheißfliegen Ey, wisst ihr das? Ah, genau deswegen Genau dat wegen Äh Ich überlege gerade Woher haben wir die Bombe? Hatten wir die schon In der Ebene davor? Oh, nice 48 Stunden Oh, Energie Na dann nehmen wir das Na dann Haben wir das schon so bekommen, ey Zack Boah, ich finde es ja nice Dass der die Fliegen spawnt, Alter Das ist richtig nice Zack Kaputt, kaputt, kaputt So Oh, nice, ey Also wenn wir jetzt noch Irgendwie Dings hier Die Temperance finden Die, die, die Die Blutspende Maschine Das ist ja richtig nice Was ist das? You feel stumped? Äh Okay Das braucht also einen Raum Oder was? Was ist das? Ich habe jetzt mal In Jammern liegen gelassen, ne? No Ich meine, ja mal Wir gucken gleich mal Was das macht Äh, irgendwie macht das Nichts, oder? Ich verstehe den Effekt nicht Oder sind wir jetzt irgendwie stärker? Ne, oder? Nein, ich verstehe, nein Da ich nicht weiß Was es genau macht Bleibe ich beim Jamhart Pretty fly Sehr schön Schutz Was macht das? Wir können aber auch nicht schießen Oder so Ich, ich, ich verstehe das nicht Jamhart Puh Larry Jr. Oh, wie lang der einfach ist Guckt euch das an Das ist voll heftig Aua Nein, nein, nein Geh weg Ich bin langsam Ah, okay Jetzt sind es zwei Okay Tears abbräuchten wir jetzt noch Das wäre noch Nice Boah, ich liebe diese Fliege Die wir haben, ey Oh, nice Das ist, äh Faith ab, oder? Oder HP ab, glaube ich Oder Old Stats ab, ne? Ja, The Halo Rolls Dats ab Ja, stimmt The Halo, äh Schaltet man erst frei Wenn man, äh Wenn man, äh Mams Mams Fuß Oder Mams Heart Mit der Bibel Halt instant klatscht Das habe ich ja Sogar schon mehrmals gemacht Da hatte ich einfach nur Glück Denke ich mal Dass ich das Dass ich so oft die Gelegenheit hatte Und das ist sehr, sehr gut The Halo The Halo ist ein sehr geiles Item Ah, ich wollte es doch Laufen lassen Ja, aber wahrscheinlich Ich werde es auch Aus Reflex öfter mal überspringen Aber Eigentlich ist es gewollt Dass es laufen lassen Was ist das? You feel itchy? Okay Magdalans Perücke wurde Über 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 Überperrückt Ja You feel itchy? Was soll denn das heißen? Meine Englisch könnte es doch gut werden Ach, die 40 Stunden Energie Sehr schön Äh, wo ist denn? What? Wo ist die zweite Batterie? Ich sehe nur eine Ah, Gott Die Spucken an einem vorbei Immer merken Die Spucken an einem vorbei Die Spucken an einem vorbei Die Spucken an einem vorbei Ah, kaputt, okay. Schlüssel. Sehr schön. Nee. Ich würde jetzt sagen, okay, lass es in die Luft springen. Da ist bestimmt irgendein Item drin, Alter. Ich wette jetzt mit euch. Wenn wir vielleicht noch eine Bombe mehr haben, probiere ich das aus. Wenn ich die Bombe jetzt für nichts anderes auf der Ebene brauche, probiere ich das aus. Ohne Scheiß. Was sollen die Räume? Da ist doch 100 von Item drin. Das wäre voll krass, wenn da drin der All-Stats-Up-Pilz wäre. Das wäre so heftig einfach. Lass die weiterspucken. Kotz mich genauso an. Rapp. Rapp. Rapp, Loll. Was war das? Hab ich meine Pretty Flagat beschützt? Loll, warum haben wir Spinnen? Ist das vielleicht das, dass ich fühle mich itchy? Hä? Nee, ohne Scheiß. Woher kommen die Spinnen? Was? Ach, dieser Gisch. Scheiße. Bam, tot. Ah, ihr seid Arsch. Schlüssel da drüben hinzulegen. Zack. Geheimraum? Machst du das für uns? Für uns, bitte. Nice. Ja. Also nicht nice im Sinne von, dass er uns da die Tür aufgemacht hat, sondern nice im Sinne von die... Oh, nice. Auch wieder nice, ja. Voll krass. Äh, okay. Zack, zack. Ah, wir haben vier Münzen. Scheiß drauf, komm. Hauen wir die hier rein. Oh, ne Pille. Oh, ne Münze. Vielleicht zwei. Tiersab. Na, was? Oh, ich hab ne Bombe gelegt, oder? Oh, das war meine Schuld. Okay, Tiersab war irgendwie... Das ist nicht ganz so doll Tiersab gewesen, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Was waren da jetzt drinne? Ein Schlüssel, ne? Ja. Ich will nur mal fix die Batterie holen, weil, ne? Wie ihr seht's, ja. Ein Itemraum haben wir gemacht. Was waren wir drin? Ich hab keine Ahnung. Ich hab's wieder vergessen. Zack. Genau diese Perücke da, genau. Diese Ich-Fühl-Mich-Itschi-Perücke. Dann auf zum Boss. Shop löst sich kein Stück. That halb. So. So, hallo. Okay, der ist ein bisschen schwieriger. Einfach, weil er sich so schräg lang hier daddelt, ey. Alle machen gut Schaden, doch. Das geht schon. Also, das geht auf jeden Fall. Klar, denke ich mal. Dann noch der Typ, damit sein Fliegen kommt. Dann noch die Spinnen. Wer die Spinnen kommt, keine Ahnung. Okay. Und bam. Ey, das Item. Ohne Scheiß, ich hatte es jetzt schon. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich es bekomme. Ich hab keine Ahnung, was es macht. Ich hab, ich vergesse das immer wieder. Speed up und tie's down. Okay, merke ich mir. Speed up. Oh, ne Pille. Äh. You are... Oh nein, nicht das. Oh Gott, you are risen. Das ist so behinderte Pille. Genau, ich wollte noch mit der Bombe einfach diesen einen Raum da aufsprengen. Einfach diesen einen Pilz. Einfach, weil ich wissen will, ob da was drin ist. Ich meine, was soll da auch? In dem Raum war nichts außer dieser Pilz. Liberty Gap. Ey, immerhin. Ein Trinket. Der hat sich doch sogar ein bisschen gelohnt. Liberty Gap hat ja jetzt pro Raum immer einen anderen Effekt. Schnelligkeit. Tears up. Oder irgendwie sowas. Oder vielleicht auch der Damage up. Vielleicht auch mal ein Herz mehr. Naja. Kann auch. Es kann auch durchaus sein, dass wir mal für ein Raum immer ein Herz mehr und mehr bekommen. Ja, aber wieder die Effekte. Bei Liberty Gap gelten immer nur für ein Raum. Okay, weiter geht's. Okay. Caves 2. Ah, hallo. Du bist nett. Ja, das ist auch ganz nett. Was war das? Hatten wir die schon? Your Wizard, oder? Ne. Tears down. Oh, Leute. Irgendwie merke ich davon nichts. Scheiße. Okay. Schlüssel. Wenn wir jetzt gleich einen Boss haben, der, der, ich sag mal, relativ kleinflächig ist. Und nicht so groß ist es wie Larry Jr. gerade. Welche auf jeden Fall. Halb vier. Läuft. Goldener Schlüssel. Jetzt können wir unendlich Schlüssel benutzen. Das ist nett. Alter. Ah, da seht ihr, wir haben jetzt Tears up für den Raum bekommen. Sehr schön. Und sie sogar. Die sind kackig Spinnen. Okay. Verdammt. Wir haben Herzen. Ja, wir haben Leben genug. Tears up fehlt und Damage fehlt. Und Speed up geht auch eigentlich. Ja, doch. Speed up geht. Und dadurch, dass wir durch Liberty Gap ziemlich oft da was bekommen. Jede Raum. Ah, Pride. Hi. Komm, dich ratten wir fix runter. Mit Spinnen und so. Was ist denn gerade für ein Geräusch, Alter? 12 Clubs. Ah, scheiß drauf. Einfach mal einsetzen. Ah, wieder. Oh, Deja Vu. Deja Vu. Deja Vu und das Ruhm. Okay. Komm, Fliege. Mach was. Oder auch nicht. Ah, Schlüssel. Cool. Zack, komm. Geht Schrott. Nein. No. Münze. Boss. Räume, die ich klären möchte vorher. Abwarten, bitte. Zack, 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 komm. Und da hat er nach. Hör auf zu kacken, Mann. Oh Gott, nicht hier, Alter. Nice. Komm. Halbes Herzchen. So, da ist der Itemraum. Hoffen wir auf was Gefallen ist. Random Tears. Oder Rainbow Tears, wohl eher. Jetzt schießen wir immer was anderes, ne? Also pro Raum oder die ganze Zeit? Ne, pro Raum, okay. Oh Gott, Triple Shot. Hör mir auf. Karte, Judgment. Ah. Wir haben halt leider keine... Ah, kacke. Oh nein, wir verwirren, den Gegner läuft. Das ist krass. Ja, wir können natürlich die zwei Münzen spenden, aber... Was würde es bringen? Ich meine, klar, der kann einem schon nach der ersten Münze was geben, ne? So ist es nicht, aber... Komm, zack. Okay. Halbes Herzchen. Was, da war ein weißes Herz drin, ne? Oh, Leute. Oh, lol. Aber jetzt haben wir Geld. Komm. Ja, wir verlieren noch die Zeit. Oh, HP ab. Krass. Okay, jetzt entwickelt's... Jetzt entwickelt sich doch alles... Ne? Zum recht guten. Hier, den Shop können wir noch. Wenn wir nur aufpassen... Oh, wir könnten dann München rausspringen, ne? Aber das Beste, dann lohnt sich gar nicht. Ne. Bomben nehmen wir einfach mal mit und den Rest spende ich hier rein. Nein, halt! Hier war doch noch ein Bettler auf der Ebene, oder? War nicht auf der Ebene ein Bettler? War nicht? War nicht, okay. War nicht, okay. Okay. Nein, sorry. Moment, verfeilt halt gerade, aber... Ich war der Meinung, ich hab... War da echt keiner? So Boss, ne? Ja, Boss, oder? Ja, ja. Boah, wenn wir jetzt unser... Okay, wir könnten mit dem Armstuhl natürlich Instant klatschen. Oh, fast Instant. Sehr gut. Jetzt... Oh, nice. Weißes Herz gesaved. Was ist das denn? Damage und Range Up. Boah, coole Sache. Wow, und der Run? Wow, okay, jetzt entwickelt er sich wirklich gut. Krass, krass, krass. Boah. Ich muss gleich mal was trinken, aber kann ich... Ah, ne, ich muss ihn mal zu Ende machen. Ich kann nichts trinken, weil... Ich hab nichts zu trinken hier gerade. Und den Run jetzt unterbrechen wäre jetzt ein bisschen doof. Also, was heißt unterbrechen? Bei einem, ihr würdet es nicht merken. Ich würde einfach einen Cut setzen. Und dann ist es gut. Wobei, ich glaube, ich mach das wirklich gleich. Mein Maul ist gerade echt trocken. Lack ab, okay. Warte mal, schaffe ich das? Ah, schade. Wir haben Feuerdrehen, das ist voll heftig. Komm, das mach ich auch noch mal. So, nach dem Raum mach ich dann ganz kurz einen Schnitt. So, hör mit... Mit der Shop, okay. Leute, kurzer Schnitt, ne? Okay, Freunde, wir kommen zurück. Jetzt geht's weiter. Ja, ich bin jetzt ein bisschen von der Spur weg, weil ich ja gerade mir was zu trinken wollte habe. War ich nebenbei mit dem Gedanken noch woanders? Ach, du Kacke. Boah, Alter. Wir schießen Sensen, ist das heftig. Trotzdem machen wir mir dafür sehr, sehr wenig Schaden. Dafür, dass wir Sensen ballern, ist das schon Kacke. Ballern wie... Ne, ich wollte gerade sagen, ballern wie die durch. Ne Pille, ne Pille, ne Pille, ne Pille. Lack ab! Yo, läuft echt der cool. Hey, lol. Hör mit, okay. Hi, plus ist das, merken wir uns. Ah! Donnie, so ein Raum, die ja auch noch durchgeht. Ah, zu gut, wir haben so Magic in Tränen. Das ist ja immer fett. Was? Das ist Kacke bei so großen Räumen, Alter. Du siehst ja nicht dann... Lol, wie die ballern. Da war der Gold, Gold. Habt ihr gerade gesehen? Die Karte war kurz geöffnet. Danke, Liberty Gap. Okay. Meine Spinnen... Woher kommen die Spinnen? Bestimmt durch das Itchy. Oh, Tour of Hearts. Ja, kann... Können wir ja nehmen. Ist ja egal. Oh, was da... Lol! Das ist ja mal ein cooler Tränen-Modus. Also es bleibt... Also die Schussgeschwindigkeit bleibt und wir machen halt ein Double Shot. Boah, das ist besser als Quad Shot und Triple Shot, finde ich. Krass. Oh, jetzt... Sorry, ähm... Jetzt bin ich gerade kurz am Ausstoßen, weil ich halt jetzt zur Zeit nur Cola jetzt hier habe gerade. Bei mir am Start. Und deswegen, äh... Kohlsäure und so, dann stößt man schon immer zwischen mich aus. Man hört es ja nicht, aber ihr merkt wahrscheinlich, dass ich dann mit einem Satz immer kurz stoppe oder so. Gut, das mache ich generell voll oft. Einfach im Satz. Einfach aufhören. Einfach weil irgendwas passiert oder so ist. Boah, die Schuss... Das würde ich weiterhaben, ey. Das würde ich als Dauer-Dings-Item haben dann. Okay. Item-Raum. Oh, das ist HP-Up mal... Also zwei HP-Ups, oder? Ne, eins, aber dafür können wir jetzt... Wir können die Sachen zerlatschen, Leute. Alter. Oh, ein Traum wird wahr. Das ist richtig geil. Das ist richtig fett. Gut, fett ist es nicht, aber... Ne, ihr wisst, wie ich das meine. Diese Tower... Können wir für den Boss nehmen. Theoretisch. So, damit ist der Shop. Komm, gehen wir einfach mal rein. Okay, Shop ist Brido. Geht klar. Boah, wir haben die Feuerträne auf Doom, Alter. Guckt es euch an. Bam, 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 bam. Boah, jetzt haben wir Geld. Und wenn wir jetzt noch einen Battle haben... Luck ab, ne? Yes. Boah, krass. Also entweder jetzt ein Battler oder ein Spieler... Oh. Das ist aber nicht eben... Ne, ne, okay. Ich wollte gerade sagen, die Ebene überspringen tun wir dadurch nicht. Goathoof nehme ich lieber mit. Ja, Goathoof, weil wir sind noch nicht so schnell. Also ich lieber die Gap legen, weil Liberty Gap... Es kann einem auch manchmal ziemlich arsch sein, wenn man jetzt Quatschschot bekommt oder so. Durch Liberty Gap ist manchmal nicht so nett. So, so Tower haben wir jetzt hier. Da liegt ein halbes Herz. Das nehme ich. Weil das mal alles kaputt machen fix. Ich könnte natürlich... Das zieht sich das alles natürlich jetzt ein bisschen hin, aber... Das lohnt sich vielleicht. Das lohnt sich vielleicht. Aber nur vielleicht... Ach man, die sind doch alle arsch. Ne, okay, ich denke mal Steine werde ich nicht alle. Sondern nur dann die ganzen Totenköpfe. Weil bei denen wirklich auch cool. Wir haben den... Den Zahnschuss gehabt. Ja, theoretisch könnten wir jetzt hier, ne... Was opfern. Ah, okay. Zack, zack. Ah, zwei Gegner. Ihr seid doch... Ihr seid mies, ey. Zack. Was ist das? Und auch ein Herz. Okay, wir können wieder, äh... Kurz was spenden gehen gleich. War das hier ja, ne? Ein Portable Bloodbank, ne? Ah, Mann. Immer den... Ich hätte lieber das Bloodbank. Diese Portable ist... Behindert. Ich mag das Ding nicht. Wieder die Sensen of Doom. Okay, cool. Ah. Ah, das meine ich hier Triple Shot, hä? Ach, stimmt. Das ist nicht... Das kommt nicht durch Liberty Gap. Das kommt durch Random Tears. Oh, sorry, Leute. Da habe ich gerade ein bisschen was vertauscht. Oh, nice. Oh, läuft. Boah, im Kackhaufen. Das kommt bestimmt durchs Lack-Up. Allerweil, weil wir jetzt irgendwie... Drei Lack-Up-Pillen gefressen haben. Ey, ist das krass. Da könnte er jetzt in einem Kackhaufen... Dann sollte es Sachen sein. Das ist richtig heftig. Boss. Ah, da oben so noch Räume. Ah, es tut mir leid. Ich will immer so gerne aus den Runs alles rausholen. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich beeile mich. Irgendwo lag da noch so halb Schistens, ne? Wir müssen eh da oben hin, weil... Ähm, abends Fuß und so. Wieder Instant-Boss-Klatsch fast. Das wäre nämlich richtig nett. Ja, hier. Genau so. Oh, nice. Böhmchen da. Da war ein Stein mit dem Kreuz. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Könnten da reingehen. Ah, ne. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Zacki, zacki. Raum könnten wir... Ja, okay. Damage ab. Ja, geil. Komm. Na los. Ne Karte. Hangman. Holen wir uns den kostenlos wieder. Ja. So. So ist das gut. Wir könnten da natürlich... Gehen wir da rein. Wir haben da ein weißes Herz, ne? Komm. Yes, genau. Das wollte ich machen. Genau das war alles geplant und so. Ah, das aber nicht. Naja, ein bisschen. Hat sich ein bisschen gelohnt. Ein bisschen. Was war das denn gerade? Hä? Ich hab keine Ahnung. Was ist die Tower? Okay. Ja, jetzt haben wir alles, ne? Oder, 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 oder? Ja, wir sensen einen Schuss. Jo, läuft. Wir haben Quick Get Set auf jeden Fall gefunden. Das war sehr, sehr gut. Da ist noch ein Herz, allein. Wo wir nicht rankommen. Toll. Oh, ich gehe voll falsch. Hier lang muss ich. Genau. Und dann hier. Das weiß ich. Jetzt holen wir uns nach dem... Ne, was ist denn jetzt? Steps, eins. Okay, noch keine Magen. Okay, nice. Das ist sogar gelohnt. Und... Down. Devil. Deal with the Devil. Ah, deal with the Devil. Also, wir haben hier auf jeden Fall eine P ab. Und Damage ab, alter. Wo ist der Deal da? Ah, Gott. Oh, okay. Das muss ich nicht mehr Herzen opfern, aber... So, erhöht, äh... Verringert sich die Chance auf... Aufm... Das ist Gabby's Paw. Das wären blaue Herzen on Mars, Alter. Leute. Das wäre richtig krass. Das wäre richtig heftig. Aber man kann hier die Herzen nicht so krass staggern. Das geht hier ja nicht. Du kannst jetzt... Ich meine, Yamaha hat nicht mehr. Na super. Wir behalten es trotzdem mal. Das ist eigentlich ganz gut, weil wir... Also... Wenn wir... Genau, stimmt, weil es nimmt ja auch leere Herzcontainer. Das ist gut, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Okay, Daron gefällt mir. Daron ist wieder ein bisschen was Besonderes. Also so... Bisschen einzigartig. Und mein Hund kratzt am Boden. Hör auf damit, Köter. Gott. Okay, Damage passt jetzt auf jeden Fall. Hund! Sorry, Leute. Tut mir jetzt leid. Ey! Was kratzt denn jetzt am Boden, ey? Tut mir leid, Leute. Tut mir leid. Okay, NV. Machen wir Klatsch. Down direkt. Boah, jetzt geht es auch irgendwie viel für Bad Bester. Ich hatte gerade teilweise echt voll die Schwindelgefühle. Irgendwie so ein bisschen. Als ich gerade nichts getrunken habe. Als ich das getrunken habe, jetzt fühle ich mich echt wieder... Erfrisch. Voll krass. So. Bombe. Ich überlege gerade, wie kann man Guggespaar sinnvoll einsetzen? Sinnvoll eigentlich nur... Ja, doch. Eigentlich nur, wenn wir kurz noch verreckt sind, oder? Wow! Nein, nein, nein. Oh Gott, danke. Für das Leben retten. The Devil. Oh, nice. Stärker. Also richtig, also viel, viel stärker werden. Ja, doch. Dings lohnt sich nur, also... Es ist halt auf jeden Fall gut, weil... Wir können halt echt... Wir können halt... Uns den Arsch retten. Okay, cool. Zack. Ja, wenn wir jetzt Herzen hätten, ne? Zum Spenden. Wir könnten natürlich hier aufs Ganze gehen und... Jetzt... Einfach immer... Ne? Ihr wisst, wie ich das meine. Aber ob sich das lohnt, ist so eine andere Frage. Leute, haben wir gar Geistertränen. Krass. Okay. Grüne Gifttränen müssen das sein, denke ich. Nice, Alter. Ich find's gut, dass die Totenköpfe echt... Also die Totenköpfe... Ich würde behaupten, die... Spucken zu 60% was aus, die Totenköpfe. Das ist schon nice. Ach, komm. Gell, was ist das? The Death... The Hankman. Brauchen wir das für irgendwas? Ja, bei der ersten Ebene jetzt... Bei Basement 1 hätte es... Hätte es was gebracht. Nice. Zack. So gefällt mir das alles, ey. Deron, deron, deron gefällt mir echt. Oh, der Witz. Der ist geil. Ah, nein, falsch. Man kann es ja auch so machen, dass... Was kann man nicht? Bad Trip. Scheiße. Aber egal, guck mal hier. Wir haben noch nicht so Hankman kümmern. Dann machen wir es halt so. Ja. Oh doch, hat sich sogar gelohnt. Hat sich sogar gelohnt. Ah, hi, du. Wir haben 35... Oh doch, warte mal. Oh, das ist Daddy Long Legs. Ja, Alter, Daddy ist... Alter, heftig. Ist nicht euer Ernst. Okay. Deron ist wieder sehr, sehr krass. The Fool. The Judgment. Ah, nicht du. Judgment? Ja, du dich wollte ich haben. Sehr schön. Ah, das ist doch mal cool. Komm, Alter, ich spende dem einfach mal Herzen. Wir können uns ja mit Gapis Pore... Dings geben, äh... Ihr wisst, was ich meine. Die blauen Herzen. Oh, Mams, Bottle, Pill, Bottle-Zeug. Bad Trip. Wird so voll... Hey, warte mal, das lohnt sich. Auf geht's. Oh, nice, Leute. Hat sich richtig gelohnt, ey. Ohne Scheiße jetzt. Also hat sich richtig gelohnt. Ohne Witz. Also man schafft es ihm auch zwei Sachen zu geben. Auf einmal. Also mit einem Hit. Zwei Sachen. Da seht ihr. Also manchmal kriege ich Sinn ihm mit. Ja, da, seht ihr. Okay. Das ist die Frage zu so full. Was ist... Shot und... Speed und Shot-Sweet-up. Guck mal, gab's ein paar... Das war Bad Trip, okay. Äh, was ist die blaue Pille? Tier ist ab. Ey, cool. Was war die rote Pille? Weiß keiner. Oder? Lack ab, doch. Nice. Die weiße. Telepills, okay, cool. Wir sind wieder raus. Teleportiert worden. Nicht, nicht weiter schlimm. Wann mal, wo war jetzt der Raum? Oh, komm, Alter. Ich spiel doch schnell hier dran, ne? Nice. Die herzen wieder, Alter. Krass. Dollar. Oh, krass. Neunerdeck Münzen. Heftig. Bad Trip nicht auf jeden Fall mit. Um zu full. Ne. Bad Trip, doch Bad Trip, weil, äh... Full Health am Ende. Wenn wir ein Herz haben. Boah, richtig krass. Okay, der Brimstone. Alter, der... Stimmt, wir haben jetzt noch Daddy's Long Legs, Alter. Heftig. Was ist das? 24 Stunden Energie. Boah, dann lass mal, äh... Die Pill Bottle von Mom nochmal holen. Und lass uns die zwei mal aufladen. Alter, das ist doch krass. Ich hol sehr gerne alles aus meinen Runs raus. Ich werd's, denke ich mal, auch einfach nicht vorspulen. Es ist einfach besser, find ich. Ich ne, einfach nicht vorspulen und fertig, weil... Ich werd die Runs auch ganz lassen, wisst ihr, ja? Also, hab ich ja bis jetzt immer. Luck up. Nice. Tears up. Hat sich gelohnt, ey. Fuck this shit. Oh, okay, wir können... Das nehm ich mit. Oh, geil, wir können nochmal, Alter. Lol. Wir können schon wieder. Äh, nee, halt, warte mal. Äh, so. Heftig. Tears down. Äh, schon wieder? Alter, was geht ab? Alter! Ist okay, Leute. Bad Trip wieder, okay. Ne, ne, weisse Pille. Bad Gas. Telepills. Äh. Tears down, scheiße. Luck up. Cool. Bad Trip, okay. Äh. Telepills. Erroraum? Schade. Oh, das ist der Kampfraum. Hat sich so null gelohnt, Alter. Oh, doch, doch, doch. Wir haben wieder 48 Stunden Energie. Coole Sache. Wieder 48 Stunden Energie. Alter, heftig, Leute. Pretty Fly. Läuft. Bad Trip. Bad Gas. Und, you are a wizard. Das nehm ich nicht. Das ist mal ne Kackpille. Luck up. Noch ne Luck up Pille, wat? Ne, das war, okay. Sorry. Hauptsache ist mal mitten im Kampf einfach die scheiß Pillen genommen. So muss das, Alter. So muss das. Und Daddy's Long Legs, du hast verfehlt. Nice, Alter. Wir haben ein bisschen Dings jetzt. Boah, das ist richtig gut, Alter. Richtig guter Kombo schon wieder hier alles, ey. Das gefällt mir. Boah, ein Isaac-Klatsch könnte drin sein. Ohne Witz. Ein Isaac-Klatsch könnte drin sein. Jut, jut, jut. Boah, nice, Leute. Nice. Mal gucken, wo war jetzt... Ich weiß, ich hab jetzt irgendwo ganz viele Items dienen gelassen. Im Shop, ne? Im Shop, im Shop, im Shop. Mal da, oben war ich schon dran, okay. Äh, wo war jetzt der Temperance da beim Arcade, genau? Ja, Leute, wir halten uns... Ich mach es jetzt... Ich zieh es durch, Alter. Ich will ja alles rausholen, Mann. Komm. Bloodbag. Okay, wir haben die volle... Herzenanzahl. Heftig. Heftig. So, wie viel kann ich dir geben? Weiß keiner. Ich geb dir mal so viel ich kann. Vielleicht muss ich es doch vorspulen. Wer weiß das schon. Komm. Oder ich mach einen Schnitt oder so. Keine Ahnung. Werde ich sehen. Boah, Alter. Dass der nicht blockiert, ist krass. Ah, ist blockiert. Ah, schade. Gut, 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 gut. Ey, boah, da haben wir doch ordentlich rausgeholt hier schon, Alter. Hier ein paar Sachen, Alter. Boah, hier haben wir noch Karten. The Death. The Devil. Alter, wie krass. Auf jeden Fall nehmen wir so Death erstmal mit. Das sind ungekleerte Räume, lol. Bad Trip pillen unsere Masse und Tears down. Okay. Okay, du bist blockiert. Ja, Bad Trip. Komm, wir nehmen erstmal so Death für den Boss, oder? Jetzt kommt der Mom, ne? Nee, dann nehme ich die Bad Trip pillen mit. Weil stark genug sind wir eigentlich so schon. Und schnell sind wir auch, Alter. Heftig. Wir können ja auch hier einsetzen. Warum nicht? Leute, wir machen ihn langsam oder so. Oder Angst, ne? Zack. Noch ein Herzchen. Boah, ich bin teilweise ein bisschen zu schnell. Krass, krass. Boah, der Ron gefällt mir. Ach, hier ist der Boss. Okay. Ja, wir nehmen mal die Bad Trip Pille mit. Einfach wegen Full Health. Und dann noch Gappi's Paw. Genau, wir dürfen Gappi's Paw nicht vergessen, Leute. Bad Trip, okay. Wir dürfen Gappi's Paw nicht vergessen. Wo war denn das? War das hier drüben? Nee. Wollen wir da, wo ein Stern ist? Ja, da, okay. Hallo, Gappi's Paw. Was ist das? So, so, Full. Ja, wir teleportieren uns halt raus. Aber, pff. Brauche ich jetzt nicht. Boah, es ist krass, dass wir jetzt echt die volle Herzcontainer-Anzahl haben. Das ist doch mal nice. Halt hier nicht da lang. Hier lang. So. Boah, ne, sehr gut. Also der Ron gefällt mir echt. Jetzt kommt man am, genau. Jetzt kommt erstmal man am Fuß. Und danach kommt man am Sard. Und danach kommt vielleicht, wenn wir Glück haben, weil wir ja sehr viel Lack abhaben. Könnte sein, dass wir Dings bekommen. Aua. Aber wir haben zweimal die Möglichkeit, uns komplett zu heilen. Also einmal durch Full Health. Durch, also sobald wir auf ein Herz gehen, wird Bad Trip zu Full Health. Und, äh, T-S-Up, okay. Und, äh, wenn wir dann nochmal, äh, komplett down sind, was die Roten Herz, können wir einfach, äh, Gappis Paw spammen. Weil dann kriegen wir pro Herzcontainer drei blaue Herzen. Das ist richtig nice. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen ab zu The Rom. Schade, dass ich die nicht mitnehmen kann. Schade, schade. Let's go. Puh. 35 Minuten schon, aber es geht ja noch von der Zeit. Also ich müsste eigentlich nichts vorspulen. Ich meine, es ist noch fast, wir sind noch fast bei einer halben Stunde, ja. Also eigentlich, eigentlich geht das noch. Aber könnt ihr ruhig in die Kommentare, ob ich die Runs teilen soll oder nicht, ne? Ist natürlich logisch. Okay, Telepilz. Ja, einfach mal nutzt den Scheiß drauf. Oh, Bombschen, Geheimraum. Warte mal. Das wäre jetzt voll geil, wenn hier noch irgendwas Geiles kommt. Okay, Schaden. Nice, Mini-Marsch. Und Pitty Fly. Tier ist ab. Tier ist ab. Wow. Dafür, dass wir da gerade einmal Schaden genommen haben, das nehme ich in Kauf. Oh cool, wir sind direkt hier wieder gelandet. Nice. Oh, Leute. Die krasse, da noch Random Tears einfach, ey. Ist so heftig. Einfach so heftig. Und drei Pitty Fly, Alter. Leute. Oh, Triple Shot. Boah, jetzt schießen wir sogar mit Triple Shots relativ schnell. Ist ja krass. Die Sterne kaputt machen. Boah, die sind richtig schnell. Alter, wow. Perfekter Run. Perfekt. Also besser kann er kaum noch laufen. Deswegen, ich finde auch immer so Runs besser, wo man richtig fette Tränen hat und nicht so in der Brimstone, weil... Boah, was ist ab? Oh, Leute. Guckt es euch an. Wie heftig, Alter. Kaufen die auch was? Ich habe keine Ahnung. Ah. Okay, die platzen auf einige. Nicht aufpassen. Kaputt. Kaputt ist er. Kaputt. Oh, hi. Kaputt. Boah, Daddy Slug und Lexus ist auch so ein OPS-Item eigentlich, ey. Boah, das ist so schade, ey. Wenn wir jetzt noch einen Better-Film natürlich nice, aber so können wir natürlich die ganzen Münzen nicht irgendwie verwenden. Das ist ein bisschen schade. Zack. Boah, wie... Alter, die brennen, die Gegner. Heftig. Aua. Scheiß Kackhaufen. Aua. Alter, one hit. Das ist ja krass. Buff. 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 Gegner, Gegner. Okay. Zack. 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 Und... Bäm. Was? Ah, scheiße. Nicht aufpassen, ey. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Boah, wie schnell wir schießen, ist das heftig. Guckt's euch an. Krass. Okay, wir haben... Wir haben... Oh, Leute, ein großer Boss-Raum? Ah, ne, okay. Wir sind da noch so warm 1. Sorry, ich nehme alles zurück. Ich wollte gerade sagen, so ein End-Boss. In so einem großen Raum, ey. Ich würde ja sagen, ich mach mir jetzt mit Absicht Schaden. Wobei, das wäre ja auch sinnlos. Wir können ja die Pille sofort nehmen. Ja, also. Ist ja eigentlich gar kein Problem. Ich hab halt gerade Angst, dass wir da irgendwie sterben. Weil ich irgendwie verpeile, die Pille zu nehmen. Ah, hier was vielleicht drunter kommt. Schade. Hier können wir nicht sprengen. Geheimraum-mäßig würde ich gerne mal gucken, was... Ob wir da was finden. Zack. Boah, der Run ist richtig gut, Mann, Leute. Der Run gefällt mir. Was? Ich kann sagen, ist irgendwas getroppt? Okay. Oh, nice. Herzen. Weiter geht's. Oh, hi. Nicht ihr, Alter. Okay. Oh, wir haben... Triple Shot. Guckt's euch an, ey. Wie... Wie schnell wir auch mit Triple Shot schießen. Das ist krass. Das ist nice. Kisten of Doom. Wieso ist man so viele Kisten? Was soll das? Ich meine, ich find's jetzt nicht schlecht, ne, aber... Warum ist das so? Hat's einen Grund oder nicht? Da, komm, wir in den Zacki Raum. Zacki, Zacki Raum. Gehen wir auch. Bekommt zwar ein ganzes Scheiß-Herz-Schaden. Ah, super. Damit können wir jetzt auch voll viel anfangen, ey. Ganzes Herz-Schaden, ey. Leute. Da liegen noch Pillen, noch ein blaues Herz, noch... Fragezeichen irgendwo. Hä? Fragezeichen? Keine Ahnung. Egal, wir gehen zu dem... Äh... Mr. Fred? Den hatte ich ja noch nie. Wer ist das denn? Wer ist denn Mr. Fred? Okay, aber er hält ja sehr viel aus. Okay, ich sag mal, er hält nicht sehr viel aus. Er ist sehr schnell tot, okay. Devil Deal. Luck up. Boah, Devil Deal könnten wir auf jeden Fall machen. Ne, aber nicht so ein Devil Deal. Ne, never ever. Never ever. Ey. Die Katze, Mann. Ein Herz nur noch. Das ist so behindert. Wenn wir jetzt... Wir könnten theoretisch jetzt mit Gubbi Spawns... Only auf blaue beschränken. Und dann das nehmen... So, dass wir noch... Ey. Aber Gubbi werden tun, wenn ich... Ne, ich gehe auf safe, Alter. Ich sterbe sonst wieder. Ich sieh's kommen. Ich sterbe wieder. Okay, und weiter geht's. Ne, Alter. Einige mögen es jetzt für dumm gehalten haben, aber... Äh, äh. Ich meine, ich hätte... Ich... Ich... Klar, aber ich hätte es taktisch machen können mit Gubbis Power. Ich hätte halt, äh... Alle meine Herzen in Blauer verwandeln können, ne? Aber ich weiß nicht, ob das dann echt was geworden wäre. Ist halt ne Frage, ne? Klar, wir machen hier gut Schaden, aber... Ich meine, was bringt uns denn diese 9 Lives jetzt? Wenn wir eh... Wenn wir quasi eh... Jetzt nicht so... Äh... Darauf aus sind zu sterben. Also weil wir halt zu stark sind, ne? Ich meine... Das sieht jetzt nicht unbedingt danach aus, als ob wir jeden Moment sterben würden. Nicht... Derthalb, derthalb. Ah, hier ist mal diese Spinne, ey. Ah, das war dumm. Das war dumm, das war dumm, das war dumm. Oh, hi. Boah, Alter, mit Explosionsschaden. Oh, oh, oh. Krass. Bombe. Herz. Puh, der Ron gefällt mir echt, Alter. Ich kann es immer wieder erwähnen. Alter, warum brauchen wir so viele Tränen für die Scheißkackhaufen? Was ist da los? Können wir nach einem Geheimraum suchen auf der Ebene noch, ne? Ist jetzt die letzte Ebene dann, glaube ich. Gelbe Tränen, was machen die? Kann das einer sagen? Boah, Geld, ey. Wir haben nur so viel Geld, Mann. Oh, Loki, hi. Da noch die Tränen, Alter. Wie heftig. Komm, mach mal schnell. Okay, schade. Nichts dabei rausgekommen. Was ist das denn? Faith Up, ne? Ne, Challenge Up. Ne, möchte ich nicht. Ich glaube, Challenge Up macht das Ganze, macht den ganz normal irgendwie schwieriger oder so. Da habe ich keinen Bock drauf. Was war jetzt Schaden? Alter. Wie? Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen, damit der rauskommt. Okay. Der kommt schon so raus. Easy. Meine Hand schläft ein. Was soll das? Also meine, meine Linke. Warum, ey? Oh, hi. Oh, gleich doppelt. Gemoppelt. Gut. Yes. Was? Ich kann ihn berühren. Ernsthaft? Ohne zu sterben. Häftig. Ja, instant kaputt. Krass. Okay, der Run geht auf jeden Fall klar, ey. Dieser Dual Shot gefällt mir, Alter. Den als Item. Das wäre noch richtig nice. Die Sensor sind sowieso krass. Scheiße, das war dumm. Ich weiß. Jetzt bin ich übel. Aber seien wir ehrlich. Ich glaube, wir sterben nicht mehr. Ohne Witz. Also wenn ich jetzt sterbe, dann... Wow. Dann bin ich einfach nur schlecht. Oh, nice. Ja, okay. War jetzt... Ohlala. Der Fisch... Was macht der Fisch? Ich habe keine Ahnung. Zack. 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 Und... Zack. Und... Bam. Komm, stirb. Sehr schön. Oh, ein Nickel. Okay, jetzt sind wir bei 99 Münzen. Krass. Ja, gut. Wir können nach dem Geheimraum... Spicken. Sorry, ich habe ganz kurz meine Hand hier. Oh, da ist sogar gefunden. Dass meine Hand wieder hier aufwacht, Alter. Das ist wieder Gefühl. Ich kriege... Das ist wieder Gefühl rein, reinkriege, ey. Zack. Zack. Schauen wir hier. Ja, pff. Ja, alles so. Komische Items halt. Standard. Ja, zum Boss würde ich sagen, oder? Was war da oben? Ja, nur der. Okay. Ja, Boss, doch. Komm. Mit etwas Glück. Schaffen wir es sogar. Boah, jetzt... Oh, die Szene. Was? Krass, Alter. Weiter geht's. Mom's Heart. Wir schaffen das, würde ich sagen. Wir müssen noch auf uns... Wir müssen uns nicht... Ja, wenns geht. Keinen Schaden nehmen, ne? Damit wir halt... biß bekommen. Chance auf... auf... auf Zeugs halt, ne? Wir wissen das,ch Violet. Zack, 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 zack… Zack, 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 zack.. Boah, wir rattern sie runter. Wow, nice. Schade. Aber egal Ich hab was falsch Experimental Treatment Nehme ich noch Einfach weil Baum Dann auch hier Zack Da 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 Haha so Wir beenden Den D D D Challenge jetzt Äh Die Challenge Die D D D D Ja Genieß die Einzige Fans Und mal schauen Was wir jetzt bekommen Spritzaft um Was haben wir die macht Lol Überspringen wir das Ja Freunde Ich würde sagen Das war ein sehr sehr cooler Run Haut rein bis zum nächsten Mal Tschüss